Musik 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 Wir haben das Pendant zum 29 Zeug mit 15 cm Federweg, der Unterschied zum 29er sind die Geometrie ist ein Tick länger, wir verbauen bei diesem Fahrrad einen metrischen Dämpfer mit 230 mm Einbaumaß, vorne eine 15 cm Pike, ein tolles, leichtes, agiles und YT-typisches Fahrradwagen. Jetzt fahren wir mit dem Jeffsie 27,5 den Bernsch-Gröner. Jetzt verrate mir doch bitte mal, jetzt hast du so viel Hirnschmalz in das Jeffsie 29 geworfen und jetzt kommt das 27,5. Warum? Die Fahrräder unterscheiden sich so ein bisschen von der Charakteristik, sind beide für den All-Mauten-Einsatz, aber das neue Jeffsie 27 ist ein Tick länger und auch durch die kleineren Räder, auch wenn man es so sagen möchte, ein bisschen aggressiver von den Geometrien. Okay, ja, damit haben wir zwar recht ähnliche, aber doch in der Grundcharakteristik etwas unterschiedliche Fahrräder entwickeln. Das macht schon Spaß, hier kommen die Steine, hier kommen die Kurven, hier ist alles dabei und gleich gibt es noch ein leckeres Malaga-Eis. Oder Daniel? Sagt da auch mal was dazu. Der weiß ich doch nicht. Rock'n'roll! Rock'n'roll, genau. Box, Junge. Box. Box, Mann, Bruder. Find das immer noch auf? Ja, es ist spannend. Boah. Ja.